Hast du schon gehört? Mois baut die größte Firma Europas. Ich baut die größte Firma in Europa, die den Vertrieb macht. Okay, Vertrieb also. Was verkauft ihr denn? Ich möchte alles verkaufen. Wir verkaufen. Wir verkaufen alles. Ja, was heißt denn alles? Also was denn genau? Alles, was es ab 500 Euro gibt, was finanziert werden müsste, finanziere ich irgendwie so ohne Zinsen und Schufa. Das ist stark. Okay, Finanzierungen. Habt ihr sonst noch was im Portfolio? Von Autos, Häuser, alles mögliche, Immobilien. Wir verkaufen halt. Okay, alles klar. Und wie sieht das mit den Mitarbeitern aus? Wenn ich merke, dass die Verkäufer nichts können, dann sage ich, okay, Bro, du machst jetzt Exposé. Bis sie lernen, wie man Versicherungen verkauft. Bis sie danach lernen, wie man Bausparverträge verkauft. Bis sie dann lernen, wie man Immobilien verkauft. Und so bringe ich das deren In-House hierbei. Interessantes Konzept. Was verkauft ihr nochmal genau? Wir verkaufen alles. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.